so okay wir haben eine neue kassette erhalten okb null kassette halten noch mehr kassetten halten wow warte ich sehe nichts silent russ ist das alles zu hören weil wir haben eigentlich schon ziemlich viel gehört wenn man mal irgendwie passieren lässt haben sogar eine neue musikkassette moment friday i'm love ja ist ganz nett aber jetzt nicht so neben missionsliste skall face das klingt doch mal nach etwas wollen wir das jetzt machen das ist ja kassi ko talker we've managed to put a stop to any new vocal cord parasite infections we couldn't save those already symptomatic but everyone who survived has been released from the quarantine platform skull face will pay for this boss emmerich confessed skull faces endgame Das Ziel ist, um die Bipedal-Walking-Tank Sahelanthropus zu aktivieren, und in Afganistan zu leben, in Afganistan zu verabschieden. Das ist, warum er in der Sobeid-Research Facilität, die sie nennen, OKB-Zero ist. Wenn seine Planung kommt, dann wird der Rippel-Effekt weltweit nicht stoppen. Findet eine Art, um zu kontakt mit Skullface zu tun, bevor das passiert. Dann lernen Sie, was Sie von ihm können, und ein Stopp in seine Planung. Wir haben uns mit ihm mit ihm später. Das ist es, Boss. Die Bipedal-Walking-Tank ist jetzt stark genug, um ihn zuvor 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 zuvor. Es wird nicht wie neun Jahre vor. Mach deinen Weg nach OKB-Zero. Moment, ich will mal nur kurz den da angucken. Den alten. Nicht schlecht, aber naja. Kampfanzug ist auch ganz geil, aber, ne, ein bisschen präulich. Ich bleib halt eben lieber bei dem. Handkaufoption. Äh, Begleiter. So, soll ich ja ihre normale Kleidung haben. Beginnen wir. So, ich frag mich, ob wir wirklich in dieser Mission tatsächlich schon Rache nehmen werden an Skullface. Wäre schon irgendwie krass. Episode 30 Skullface The research facility Emmerich was talking about is north of the Soviet base. That's where Skullface is keeping Sahelanthropus before setting it loose in Afghanistan. There's a good chance he's got nukes, too. Boss, we need to figure out what Skullface is up to. If you make contact with him, get him to talk. The ethnic cleansing parasites. Sahelanthropus. Find out what his plans are. All we know is that Skullface's plans are on the verge of fruition. We need to stop him while we still can. Oh, yeah. Da starten wir die Scheiße, ha? Dancing. So. Na gut. Es mag vielleicht den Anschein handeln, als ob das die letzte Mission ist. Ich weiß, aber ich weiß tatsächlich, dass es nicht die letzte Mission ist. Denn, ich meine, wir sind ja aktuell bei Mission 30 und ich weiß tatsächlich, dass es 40 Missionen gibt. Äh, 50 meine ich. Alter, ein Kilometer. Die Infektion wird nicht in den seltenen Regionen verbreitet. Und ein Helikopter. Ich denke, dass sie einfach die Männer, die mit ihnen arbeiten, all diese Zeit verbreiten. Skullface muss sein finales Spiel machen. Ja, gut. Okay, wem mach ich sonst vor? Ähm, für euch mag das nicht so sein, aber ich hab grad einen gewissen Teil rausgeschnitten, weil ich hab die Mission grad schon probiert. So, ich will ja ehrlich mit euch sein. Und ich kann nur sagen, die Mission ist so kackenschwer, ey. Zumindest für meine Verhältnisse. Wann na gut. Ich finde nur, dass sollte gesagt sein. Also, ne. Es mag vielleicht so sein, für euch so erscheinen, als ob ich die Mission zum ersten Mal probiere, aber nein. Ich hab gut 40 oder 50 Minuten lang probiert und echt, ich kam nicht weit. Ich habe gut 40 oder 50 Minuten lang probiert und echt, ich kam nicht weit. Ich weiß, dass ich nicht mehr so sein, wie ich ihn mit ihm verbreiten kann. Ich weiß, wie ich ihn mit ihm verbreiten kann. Snake, du hast mich? Ich weiß mehr als jeder über OKB Zero und Sohalanthropus. Boss, ich habe meine Meinung gemacht. Ich will dich mit dir, nicht ihn. Lass mich arbeiten, um was ich gemacht habe. Ich werde es provee ich, dass ich... dass ich immer dein Freund bin. Boss, ich werde mich auf die Koordinierung in der Mother Base konzentrieren. Die Handlung ist noch in Platz. Wenn du hast, gibst sie durch Miller, wie immer. Skullface ist in OKB-Zero. Start mit ihm. Die Fakilität selbst ist unter Kontrolle der XOF, Cypher Strike Force. Wir haben kein hartes Daten auf der Force-Strengthen. Also, dein Judgment in dem Feld wird wichtig sein. Boss, wir sind endlich hier. Find Skullface und mach alles von ihm. Eine Fahrt bis hier hin. Es ist nicht vorbei, ne? Keine falschen Eindrücke hier. So, ich denke, ganz ehrlich, Quaid ist echt nicht gut geeignet. Aber es ist so eine krasse Story, ein bisschen... Doch, wir bekommen die doch hier dabei. Auf jeden Fall muss man hier ziemlich vorsichtig sein, weil es ist echt so eine Art Fort Knox, ey. Äh, eine Art Alcatraz. Schon eher. Deshalb immer vorsichtig sein. Und ich habe schon eins gelernt. Hier vorne reinkommen, nicht gut. Hier hinten... Ist besser. War hier was? Ne, ne? So, man muss ja auf jeden Fall... Das ist eine wirklich der stealthigsten Missionen ever. Also, hier muss man... Wirklich... Stealth betreiben. Bei den anderen Missionen war es eher so... Also, wie gesagt, bei den anderen Missionen war es eher so... Man kann sich durchschleichen, muss es aber nicht tun. Hier ist es wirklich so... Also, man sollte sich wirklich versuchen durchzu... Der will ich schon fast mitnehmen, ey. Ganz ehrlich. Aber ich denke mal, bei den Missionen werden wir nicht wirklich viele Leute mitnehmen können. Weil einfach... Das ist schon schwierig genug hier nicht... Den ganzen Ärger abzubekommen. So, warten wir bis der... Mit seinem komischen... Dingens da... Und es vorbei scheint. Genau so meine ich das. Jetzt guckt der Typ hier. Leider ein bisschen voreilig. Na gut, hat nicht wirklich was gemerkt, der Typ. Jetzt können wir wieder hier lang. So, und schnell weit kommen. Schnell weit kommen. Schnell weit kommen. So, hier können wir uns wieder anlehnen. So. Nein, scheiße, ich hing wieder fest. War schon beim anderen Mal so. Beim ersten Versuch. Warten wir wieder bis der vorbeiguckt halt. Hier funktioniert es irgendwie. Aber beim anderen rutscht man irgendwie ab. So. Ich blick mich mal hier irgendwie hin. Denke ich. Ich habe Angst, dass er trotzdem einen noch sehen kann hier. Also... Auf Nummer sicher gehen. So ganz weit guckt er nicht mit dem Lichtstrahl. Dennoch sicher ist sicher. Alter, was guckt der denn jetzt hier hin? Probieren wir es trotzdem. Guck mal, hier kann man hochklettern. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. So! Good work! Two more gates to go. Nein. Es ist immer noch alles im Silo. Kein Zeichen des Schildes oder des Goliaths. Wahrscheinlich können sie es nicht. Nein, egal. Ähm... Ich bin tatsächlich sogar durch das nächste Tor gekommen. Es gibt sogar... Alter, what the fuck! Okay, das war jetzt fies. Das war jetzt echt fies. Okay. Das ist ja scheiße, hm? Gucken wir hier hoch. Ich vermöchte es schon, oder? Aber wie gesagt, hier ist es schon schwieriger, weil hier ist es einfach so offen, ey. Am liebsten würde ich ehrlich gesagt das Ding kaputt machen, das Licht. Hat zwar Aufsehen erregt, aber... Okay, sie wissen sogar genau, wo ich bin. Ja, natürlich. Die hätten zwar niemals im Leben sehen können, dass ich hier hingegangen bin, aber die wissen trotzdem, dass ich hier bin. Ja, und der weiß auch, dass ich hier bin. Wie gut die hier einen sehen können. Na gut, ich bleibe ruhig. Ich versuche es zumindest zu bleiben. Das könnte gefährlich werden. Ne. War nicht weit genug. Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Entstanden. Mach Ihren checken. Ich versuche mit Caution. No. Doch, das ist, wo ich hier angekommen bin. Okay. Genau, wie gesagt, ne, hier ist es halt eben so offen und die sehen einen mittlerweile wieder irgendwie gut. Ne, wenn man mal überlegt, vorhin oder vorher waren die ja blinde Hühner. Also den kannst du ruhig versuchen auszuschalten, der hat keinen Helm mehr. So, komm. Vielleicht hilft das ja. Wir machen das mal kaputt, solange da keiner dran ist und das bemerkt. Wir müssen das Ding hingegangen. Das müssen wir leider kaputt machen. Jetzt machen wir das auch mal kaputt. Was haben wir Problem? Das Problem heißt keinen Schalldämpfer mehr. Na gut, wir holen uns Nachschub auf diese Position. So, das Gute ist das hier jetzt ziemlich abgeschattet. Okay, erstmal hinlegen. Und da können wir gucken. Ne, können wir nicht. So, lande bitte. Dankeschön. Wollen wir mal hier vielleicht lang zu crouchen. Das Ding guckt immer noch auf uns zu. Äh, auf uns. Immer noch ein Licht irgendwo. Okay, wir müssen dafür sorgen, dass der Typ irgendwie wegguckt. Aber wie? Ich meine, wir können nicht so ein Magazin so weit werfen. Oder? Die Typen können uns auch theoretisch sehen von da aus. Vielleicht können wir versuchen wegzumachen. Wir müssen mal kurz checken. Komm. Ja, wir haben es geschafft. So. Wer sieht mich? Wer sieht mich? Ich weiß nicht, wer mich sieht. Wow. Alter, Quiet hat das gut gemacht, ey. Der Typ hat uns eigentlich gesehen. So, das Licht war noch an. Noch seinen Helm an. Das läuft aber tatsächlich nicht schlecht. Also das ist viel, viel besser, als ich das bei meinem Versuch gemacht habe. Geschafft habe. So, Hauptsache crouchen. Aber wie ihr seht, die Mission ist echt richtig, richtig heftig. Treppe hoch. Kriechen. Ist nicht schmerzhaft. Nein, nein. Gucken wir mal hier. Hier haben wir ja einen, ne? Vielleicht weiß der was. Okay. Okay. Der wird sich irgendwie nicht befragen lassen, ne? Ne. Hä? Der schießt auf uns. Der schießt auf uns, oder? Der schießt auf uns. Der schießt auf uns, oder? Okay, ich bin verwirrt. Ich habe keine Ahnung, ob die auf uns schießen oder nicht. Ja, die schießen auf uns. Okay. Wir brauchen eine Rautgranate. Und die muss hier hin. So, verstecken wir uns mal da drin. So, hier drin findet ihr mich nicht. Das können wir versuchen. Was können wir versuchen? Mother Base? Vielleicht irgendwas krasses entwickeln? Moment, hier haben wir Begleiter, äh, neue Begleiter, sagen wir mal gucken. Aber nicht CityDocker. Äh, dauert noch ein bisschen, hä? Okay, schnell weiter. Also, ich dachte schon, ey. Na gut. Jo, natürlich. Egal, wir sind fast aus dem Bereich raus. Okay. Okay. So, und ja, das war noch nicht alles übrigens. Das ist tatsächlich noch ein Tor, das es gibt hier. Und das ist noch krasser. Also, bis hierhin bin ich ungefähr gekommen. Weiter nicht. Weil das hier ist schon krass genug. Ja, das fliegt. Ich bin da irgendwie bis zu dem Raum da hinten, glaube ich, gekommen und danach bin ich gestorben. Weil, ganz ehrlich, hier sind so viele auf den Dächern und so. Wow, wie kommt man auf das Dach da hinten? Schwierig genug, da hinzukommen. Entscheint. Na gut. Aber wie gesagt, ab hierhin ist es für mich tatsächlich auch selber blind. Ne, du hast mich nicht gesehen. Ganz ehrlich, du kannst mich nicht gesehen haben. Okay, jetzt gucken wir, ob wir uns gesehen haben oder nicht. Da müsste der Heli ja theoretisch hingucken. Ganz ehrlich, wir benutzen D-Log. Also, Qual ist echt für fast zu nichts zu gebrauchen. Guck mal, die haben fast der Heli getroffen. So, dann kriechen wir mal hier lang. Okay, das hat uns getroffen. Das ist eine sehr große Anerkennung. Es wird nicht auf sich selbst heben. Wir müssen es mit der ersten Hilfe behandeln. Oh, oh. Na gut, immerhin schieße ich aufs Gebäude und nicht hierhin. Da kommen wir nicht hoch. Wo ist die Dock? Oh, da hinten. Oh, ich dachte, da wird Granate geflogen kommen. Häller. Okay, D-Dock. Du bist besser. Du bist eingestellt. Quiet ist gefeuert. Jetzt hätte ich quasi wirklich gefeuert. Okay, wir müssen jetzt... Ich muss echt mal kurz durchatmen und überlegen. So, ist eigentlich mein Handy. Okay. 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 Okay, wir sind schon mal hier unten. Das ist immer noch ein Fortschritt im Vergleich zu vorher. Weißt du was? Ich glaube... Ich gehe mal hier hin. Also, was wir wissen ist, die Leute werden nicht, ähm... sich ergeben, wenn man sich einfach hinter sich stellt und die Waffe zieht. Man muss sie tatsächlich packen. Und dann so in den Schwitzkastengriff machen... äh... bringen. So, wie war das hier? Und... Danach... Bellst du. Ist dem egal, oder? Ist dem tatsächlich egal. Also, kann der theoretisch sehen, dass ich hier hingehe? Ich denke... Das... Können... Ja. Das kann er. Okay, machen wir es mal so. Was? Ne. Never ever. Ich stand hinter dem Ding. Ich stand da nicht. Und trotzdem schießen die auf mich. Okay. Na komm. Na gut. Das heißt, wir da warten. Eine Folge des Wartens. Ist das hier? Weißt du was? It's time... for the box. Okay. Ich wette, die box ist jetzt der Schlüssel zu dieser Mission. CP, das ist Delta 2. Wir haben nicht mehr Kontakt. Wir haben keine Position. Überraschung. ganz ehrlich, kann man nicht die Tür aufmachen, wenn man in diesem Modus ist. Okay, wo hast du mich jetzt gesehen? Ach, von da oben. Okay. Stirb, ey. Ganz ehrlich, stirb, Junge. Am besten nehm ich dich direkt mit. Oh shit. Alles klar. Soviel dazu. Okay. Wir gehen jetzt da rein. So. So weit, so gut. CP, this is 201. Lost visual contacts. Hitting the last zone position. Over. This is CP. Understood. Keep your eyes. Beholds already open. Out. Okay, weißt du wat? Ich denke, wir können jetzt wieder versuchen, Quiet zu nehmen. Mit ihrer... Sniper ist sie. Mit ihrem Sniper rifle ist sie ziemlich gut. Vor unsere Truppe. Leute, da ist einer hinter uns gewesen. So, das hast du dir verdient, mein Freund. CP, this is 206. The enemy got away. Starting of search now. Over. This is CP. Understood. Don't let them get the drop on you. Keep your car up. Out. So, wir müssen erst aufmachen. Ich habe Angst, dass wir, wenn wir rausgehen, direkt entdeckt werden. So, und übrigens, das ist das letzte Leckchen Erde, das ich hier gesehen habe. Also, wartet mal. Was ist der denn? Ist der über uns direkt? Oder ist es... Nee, der Sand stumm, oder? Nice. Also. Wala. Jetzt... Hier festhängen auch noch. Hier festhängt auch noch. Hier festhängt auch noch. Vielen Dank.